Das Beste kommt bekanntlich zum Schluss, vor allem dann, wenn Gutes getan wird. Das letzte Konzert des Festivals, Friday Nights with Juri Revic, wurde dem UNO-Kinderhilfswerk UNICEF gewidmet. Mit dem Saisonschluss wollten wir auch etwas Gutes machen und genau für die Kinder der Schulen in Syrien. Unter den heimischen Spitzenstars, die sich des Projekts Wasser für Schulkinder in Syrien annahmen, unter anderem Sona McDonald und Angelika Kirschlager, sowie Christiane und Marisa Hörbiger. Da muss was Heiteres her, natürlich, bei diesen Katastrophen. Ja, Anekdoten habe ich, das ist mal Theateranekdoten. Es sollte ein positiver Kontrapunkt sein. Es zeigt, dass es Positives gibt, es zeigt, dass Hilfe machbar ist. So viel kann man gar nicht spenden, wie einem die Kinder mit den aufgeblähten Hungerbäuchlein, wie einem die Leid tun. Ich fange sofort zu weinen an, darum lassen wir es lieber, sonst kommt die Wimperntusche herunter. Also ich finde, für die hungernden Kinder kann man nicht genug tun.